Was hat die karibische Insel Jamaika zu bieten? Wird meine deutsche Rente auch nach Jamaika überwiesen? Wie sieht es mit der Krankenversicherung aus und was ist mit der Steuer? Genau darum geht es heute in diesem Video. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Jutta Martin, Steuern einfach erklärt. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, so lohnt sich das auf jeden Fall, um alle Inhalte mitzubekommen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, gebe gerne einen Daumen nach oben, drücke die Glocke, um alle Inhalte mitzubekommen. Und wenn du Fragen, Anregungen oder sonst irgendwas hast, bitte unten in die Kommentare schreiben. Nun schauen wir uns Jamaika an. Den Ruhestand auf Jamaika verbringen. Ja, vielleicht interessiert der eine oder andere von euch sich dafür und träumt von einem Ruhestand auf der traumhaften Insel Jamaika. Schauen wir uns zunächst einmal die Einreise an. Also das Auswärtige Amt warnt von nicht notwendigen touristischen Reisen nach Jamaika, denn Jamaika gilt nach wie vor als Corona-Hochrisikogebiet. Die Einreise zu touristischen Zwecken über den Luftweg ist aber wieder erlaubt, wenn man eine offizielle Reisegenehmigung von der jamaikanischen Behörde hat. Und diese muss man vorher digital einholen. Das kann man online erledigen auf der Seite www.visitjamaika.com. Da muss man einen Account anlegen und sich einloggen und dann kann man das alles online erledigen. Und diese Reisegenehmigung braucht man unbedingt, um in das Land kommen zu können. Ja, dann braucht man einen negativen PCR- oder Antigen-Test. Der darf bei der Einreise maximal drei Tage alt sein. Also diese 72 Stunden, die wir von überall her schon kennen. Ja, es besteht aktuell, aktuell ist der Stand Februar 2022, keine Impfpflicht bei der Einreise nach Jamaika. Aber wer nicht geimpft ist, muss sich dafür 14 Tage in Quarantäne begeben. Ja, und nicht vollständig geimpfte Personen ab 60 Jahren oder Personen mit bestimmten Vorerkrankungen sollen sich häuslich isolieren. So der Wunsch von der jamaikanischen Behörde. Bei Langzeitaufenthalt werden auch Impfungen gegen Hepatitis B, Typhus und Tollwut empfohlen. Aktuelle Informationen gibt es auf der Seite der Deutschen Botschaft Kisten. Das ist hier diese Webadresse. Wer möchte, kann jetzt kurz das Video anhalten und sich die Adresse aufschreiben. Wenn man länger auf Jamaika bleibt, benötigt man laut Ausländergesetz eine Bescheinigung über die Registrierung. Und wichtig ist auch, dass man eine Steuernummer beantragt. Also diese Bescheinigung über die Registrierung, die muss man eigentlich immer bei sich führen. Und wenn man einen Angehörigen der jamaikanischen Polizei trifft oder die Einwanderungsbehörde das verlangt, dann muss man das auch jederzeit vorzeigen können. Ja und diese Steuernummer, TER, also Tax Registration Number, die muss man beim Finanzamt beantragen. Das kann im Prinzip jeder machen. Die braucht man auf jeden Fall für alle geschäftlichen Abwicklungen. Und die ist quasi so ein Nachweis dafür, dass man im Land registriert ist. Wie sieht es nun mit der Rente aus? Also da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Denn die Rente von der deutschen Rentenversicherung, Pensionen und Rörup-Renten werden nach Jamaika überwiesen. Bei der Riester-Rente ist das gleiche wie bei anderen außereuropäischen Ländern. Es werden nämlich die Fördermittel zurückgefordert und da wird die Riester-Rente nur abzüglich 15% etwa ausgezahlt. Ja, bei Erwerbsminderungsrenten, da muss man ein bisschen aufpassen. Die Erwerbsminderungsrente wird ungekürzt überwiesen, wenn sie allein aus medizinischen Gründen bewilligt wurde. Ja, wenn sie aus anderen Gründen bewilligt wurde, dann wird sie, weil man den Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht in Deutschland, dann wird sie eingestellt, wenn man Deutschland verlassen möchte. Die Krankenversicherung. Also Deutschland hat kein Sozialversicherungsabkommen mit Jamaika. Die medizinische Versorgung in Jamaika entspricht nicht den deutschen Verhältnissen. In kleineren Städten ist die Grundversorgung gewährleistet und in ländlichen Gebieten ja eigentlich eher nicht. Bei Behandlungen wird in der Regel sofortige Barzahlung verlangt. Man benötigt also eine internationale Krankenversicherung, wenn man nicht jede einzelne Behandlung vor Ort bezahlen möchte. Also eine Krankenversicherung ist keine Pflichtsache, ist natürlich aber aus Kostengründen jedem zu empfehlen. Die Amtssprache ist Englisch und damit kann man sich im Prinzip auf der ganzen Insel unterhalten in Englisch. Und dann gibt es auch noch eine jamaikanische Kreolsprache. Die Steuern. Ja, wie sieht es so mit der Steuer aus? Also Deutschland hat ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Jamaika. Und wenn man jetzt aber nicht länger als sechs Monate auf der Insel bleibt, ändert sich erstmal gar nichts. Wird der Wohnsitz aber dauerhaft nach Jamaika verlegt, ist man in Deutschland nur noch beschränkt steuerpflichtig. Diese beschränkte Steuerpflicht, die begegnet uns immer wieder und bedeutet natürlich einen steuerlichen Nachteil im erheblichen Ausmaß für die betreffenden Personen. Ja, beschränkte Steuerpflicht bedeutet, dass man in seinen Rechten beschränkt ist, also wirklich einen Nachteil hat. Und grundsätzlich haben aber Deutschland und Jamaika ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern von Einkommen und Vermögen. Und das kann man auch nachlesen. Hier unten habe ich mal den Link eingeschrieben. Wer sich das aufschreiben möchte, der kann das Video gerne anhalten und das nachlesen. Denn das Besteuerungsrecht für Renten und Pensionen hat Deutschland, das ist geregelt im Artikel 18 für öffentliche Kassen und im Artikel 19 für hohe Gehälter. Also wer das jetzt nachlesen möchte. Kommen wir mal zu den Lebenshaltungskosten. Da muss man immer sehr vorsichtig sein, weil ja jeder andere Vorstellungen hat. Also grundsätzlich ist erstmal die Währung auf Jamaika der Jamaika-Dollar, der an den US-Dollar gekoppelt ist. Ja, und natürlich hängen die Lebenshaltungskosten von den einzelnen Ansprüchen und von den Bedürfnissen ab. Also jeder hat da andere Vorstellungen. Und so sind auch die Lebenshaltungskosten differenziert zu betrachten. Für Unterkunft und Verpflegung sollte man so, ja grob, Minimum 800 Euro einplanen. Also diese 800 Euro für Miete, Strom, Wasser, Kleider und natürlich Essen. Man kriegt da schon kleine Häuschen mit zwei Zimmer, Küche und Bad. So, nicht gerade mitten in der Großstadt, aber so am Rande, so ab 300 Euro. Es gibt natürlich aber auch Apartments in neu gebauten und bewachten Wohngebieten mit zwei Zimmer, zwei Bäder. Und die kosten dann schon gleich mal 2000 Dollar im Monat. Es geht aber auch noch teurer. Aber dafür ist es eben rund um die Uhr bewacht. Auf dem Lande ist es natürlich günstiger wie eigentlich überall auf der Welt. Und ja, was sehr teuer ist auf Jamaika, sind die Stromkosten. Also Jamaika hat wohl die teuersten Stromkosten in der gesamten Karibik. Und es gibt auch nur einen einzigen Stromanbieter. Deshalb sollte man, jetzt so ein Insider-Tipp, die Anzahl der elektrischen Geräte so gering wie möglich halten. Die Netzspannung beträgt 110, 120 Volt bei 50 Hertz Wechselstrom. Also um unsere deutschen Stecker verwenden zu können, benötigt man einen Reiseadapter. Ja, also mit dem Strom, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Wir sind da doch ein bisschen verwöhnt aus Deutschland, auch wenn die Strompreise jetzt steigen. Aber unterm Strich sieht es bei uns eigentlich noch ganz gut aus. Und hier nochmal einen kurzen Tipp für die Autofahrer. Also mit dem deutschen Führerschein darf man offiziell sechs Monate fahren. Und dann sollte man den amerikanischen Führerschein machen. Autos kann man relativ günstig aus dem asiatischen Raum einkaufen, die importiert werden. Aber die Unterhaltskosten fürs Auto sind nicht so ganz günstig. Das mal grob zu den Lebenshaltungskosten. Wie gesagt, es ist immer eine individuelle Betrachtungssache und jeder hat völlig andere Ansprüche. Werfen wir nochmal einen Blick auf das Klima. Also auf Jamaika ist tropisch warmes Klima mit geringen Temperaturschwankungen. So die Durchschnittstemperaturen liegen zwischen 25 und 33 Grad. Also man kann sagen ganz grob im Durchschnitt 26 Grad. Und im Hochgebirge herrscht gemäßigtes Klima. Es gibt zwei Regenzeiten und zwar im Mai und dann nochmal im Oktober und November. Ja, nun fassen wir mal alles kurz zusammen. Jamaika ist ein Inselstaat in der Karibik und gehört zur Inselgruppe der großen Antillen. Es ist von den großen Antillen die drittgrößte Insel. Es gibt ja wahnsinnig schöne, traumhaft schöne Naturstrände. Ich habe die selber schon erlebt in der Karibik. Ich war da schon mehrmals und es gibt natürlich weitere Sehenswürdigkeiten und natürlich ein Highlight auch das Bob Marley Museum in Kingston. Man wird als Deutscher nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen, aber Auswanderer sind grundsätzlich willkommen, wenn sie sich in die Gesellschaft integrieren und keinen Stress machen. Also das ist den Einheimischen ganz wichtig. Das Leben auf Jamaika kann man nicht mit westlichen Standards vergleichen. Es gibt neben luxuriösen Hotelkomplexen wirklich viel Armut und dadurch auch entsprechende Kriminalität. Also Wohlhabende werden davor durch bewachte Wohnanlagen geschützt, die vom Preis her nach oben keine Grenzen kennen. Aber wenn man als Rentner auswandern will, interessiert man sich nicht für die luxuriösen, bewachten Wohnanlagen, sondern will ja eigentlich mehr mitten im Leben sein. Ja, Jamaika hat also eine wunderschöne Landschaft mit Regenwäldern, mit Bergen, traumhafte Strände, Bauwerke aus der britischen Kolonialzeit. Das ist also wirklich sehr interessant. Ich habe da auch nicht schlecht gestaunt. Dann gibt es natürlich Tauch- und Schnorchelreviere und vieles, vieles mehr zu bieten. Hier nochmal natürlich ein Bild von dem Eintritt zum bekannten Bob Marley Museum in Kingston. Hier sieht man diese traumhaften Strände. Also die sind wirklich so. Der Strand, der ist so weiß und wirklich einfach traumhaft. Hier haben wir mal einen Blick auf die Großstadt. Heber zu den Einheimischen. Und natürlich ist Jamaika auch für seinen Kaffee bekannt. Und hier sehen wir nochmal den Blick auf die gesamte Insel. So, meine lieben Zuschauer, das war jetzt mal ein kleiner Exkurs nach Jamaika. Eine Insel in der Karibik, die gehört zu den großen Antillen. Ich persönlich war schon auf einer Insel der großen Antillen und auf mehreren Inseln in den kleinen Antillen. Jede Insel ist eigentlich ein bisschen anders. Es hat mir grundsätzlich gut gefallen. Eine Insel wurde überhaupt nie für mich in Frage gekommen. Man muss es eben mögen. Aber gut, dafür sind wir alle individuell. Und jeder hat eben andere Vorstellungen. Aber abschließend möchte ich nochmal was zur beschränkten Steuerpflicht sagen. In dem Moment, wenn man sich aus Deutschland abmeldet, unterliegt man nur noch der beschränkten Steuerpflicht. Und viele denken, beschränkte Steuerpflicht bedeutet, dass man nur auf ein beschränktes Einkommen Steuern zahlen muss. Also das habe ich jetzt aus den Kommentaren von meinen Zuschauern mitbekommen, dass sie irritiert sind mit diesem Wort beschränkte Steuerpflicht. Beschränkt deutet auf etwas Negatives hin. Beschränkt ist man in dem Moment, als beschränkt Steuerpflichtiger in seinen Rechten. Man hat nämlich weniger Rechte, als wenn man in Deutschland besteuert würde. Also man muss bei beschränkter Steuerpflicht in Deutschland ab dem ersten Euro Einkommen Steuern zahlen. Man hat keinen Anspruch auf den Grundfreibetrag oder auf irgendwelche anderen Freibeträge. Man kann keine Sonderausgaben abziehen und gar nichts weiter. Man hat aber die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht zu stellen. Dazu muss man die Anlage EU-EWR ausfüllen und den Hauptvordruck der ganzen Steuerformulare, diesen EST1A und dann eventuell Anlage R für die Rente. Und alles anders Finanzamt Neubrandenburg RIA Renten im Ausland schicken. Dann wird das geprüft. Und zwar ist das so, wenn man 90% der gesamten Einkünfte aus Deutschland bezieht, müssen die eigentlich diesem Antrag zustimmen. Hat man noch Einkünfte aus anderen Ländern, so dürfen diese Einkünfte den jährlichen Grundfreibetrag nicht überschreiten. Und wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann kann man eben, wie gesagt, diese unbeschränkte Steuerpflicht in Anspruch nehmen und hat auch einen Anspruch auf diesen Grundfreibetrag. Man spart da wirklich tausende von Euros. Ja, Fragen, Anregungen, wie gesagt, unten in die Kommentare.